Gerade einmal fünf Monate hat die Beziehung von Jenny Elvers zu Big Brother Star Alex Jolich gedauert. Gekrönt wird die kurze Liebe durch die Geburt ihres Sohnes Paul im Jahr 2001. Zu diesem Zeitpunkt sind die TV-Gesichter schon nicht mehr zusammen. Nun postet Jenny ein neues Foto ihres Sohnes und hoppla, wie doch die Zeit vergeht, denn aus dem Promisprössling ist mittlerweile ein äußerst attraktiver Mann geworden und dieser lässt so einige Teenie-Herzen höher schlagen. Hübscher Junge oder faszinierend, wie ähnlich er seinem Vater sieht, sind nur einige der begeisterten Kommentare unter Jennys Post. Und mit diesem Foto zeigt sie, dass nicht nur die Ähnlichkeit zu Papa Alex verblüffend ist, sondern auch, wie überaus attraktiv das Model ist. Ganz schön groß geworden. Auf dem neuesten Foto lächelt der 19-Jährige mit stylischer Sonnenbrille in die Kamera und zeigt dabei nicht nur Muskeln, sondern auch eine Menge Tattoos. Mit so einem Aussehen wird sicherlich nicht nur Mama Jenny besonders stolz auf ihren Sohn sein, sondern auch die Modelagentur, bei der der Elversprössling unter Vertrag steht.